es aber jetzt bekommt er jetzt bei der das kräftige kraft in ein kopf irgendwo dass mein arbeitgeber gucken menschen Prozent später mal Arbeitgeber und mit der Sankung der Welt gefolgt genau wegen dieser Abmauer Moderation nun genau realistisch in fünf Milliarden herrschliche Tränke er hier ist hier wird es haben hier um die Entriebe hier ist er in der Klinik in die Bühne die Altrei und die Strecke zu richten trinkt die Strecke Was? Ja! Drei Schwäche trinke. Okay. Was? Was? Hä? Steuern Kuh. Wo ist denn der andere? Oh! Trink dir Schwäche. Trink, trink, trink! Du trinkst den eh nicht. Okay. Ja. Junge, willst du mich verarschen? Schwäche! Trinkst du eh? Du hast eh nicht Schwäche, Junge. Klar, Junge! Ich hab jetzt drei Tränke der Schwäche getrunken. Ja, klar. Hier hab ich unter Wasseratmung und da hab ich Nachtsicht. Guck mal hier in die Truhe. Das ist jetzt irgendwie unsichtbar. Ach nee, unsichtbar. Guck doch! Hier. Guck in die Truhe! Ja, du hast noch irgendwelche andere trinken. Hier bist du noch Schnelligkeit und Unsichtbarkeit. Hier ist Schnelligkeit und Unsichtbarkeit. Das macht sich auch noch nicht, ne? Ja, ja, ich weiß, das sei ja daran, dass ich gerade eben alles kaputt gemacht habe. Ich habe gerade eben daran eine Schwäche gefunden. Ich habe jetzt Schwäche für 52 Sekunden noch, 51, 50, 49, 48, und das hat sich immer noch nicht getötet. Guck mal hier, guck mal. Ja, ich bin nicht schwächer, weil ich weniger außerhalb, ich mach dir weniger Schaden, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich kann jetzt keinen Schaden mit der Hand machen. Kriegst du aber sogar noch Schaden würde? Ich weiß, ich krieg auch schon. Aua, ich krieg total viel Schaden, Alter. Krieg kriegst du Schaden, ne, ne? In einem Schaden geht davon kaputt, Junge. So. Ähm, Sels, wir versuchen jetzt einfach mal. Äh, wir wollten was da mal, nacht sich, ne? Nui, ich bin in der Wasserscheidung. Ich bin in der Wasserscheidung. Mit der Wasserscheidung? Ich bin in dem Wasser. So. Unsichtbarkeit. Warum ist es mir leid? Es erwarte. Ne, sah. du hast aufgesammelt richtig das nicht so was aufgesammelt haben doch wir müssten fermentiertes spinnenauger und paar andere sachen auch umfliegen sicher wenn dein mental ich habe ein zack bruchsteine acht fackeln holz 56 eisen da zwei schwarze mein goldapfel ein block erde wobei ich eigentlich den zum stack machen könnte drei glasflaschen enderperlen karotten stock bruchstein Mauern eine Leitwirt wenn beschwert er hat doch das ist scheinlich nicht an ich habe gerade eine leere glasflasche getrunken so ich muss gerade mal sehen warum selbst nicht funktionieren ich bin in der redstone schaltung und du weißt nicht wie ich dahin gekommen bin doch durch den wasser Dings es richtig das ist sicherlich dass die kommt ist die TN ich bin auch hier und es ist einfach hier durchgegangen und mein Gott so steht nein die will auch nur durch so und jetzt frage ich mich gerade Prozent drüber nachvollziehbarkeit neben dem Wunsch der Gäste welcher ich nicht und um zu und ich hatte es das dritte 1 2 der Künstler nahe und alle so und so wo um wo 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 auch noch mal Oh, ich hab zweimal gedrückt. Hey, was ist denn? Was ist denn hier? Hey, was ist denn das da? Hey, was ist denn hier und so? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los? Hier und so. Hier ist nur Wasser drin. Ja, ich weiß. Ja, das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Mal bitte alle Sachen, die jetzt in den Brauchstand kommen raus. Alle. Alle? Alle. Oh. Fuck. Oh, Kugelfisch. Oh, alles. Jetzt kommt nichts mehr rein. Ist alles reingekommen? Ja. Kugelfisch und sonst nichts? Seltsam und Trank ist jetzt hier drin. Ja, ja, das war vorher schon. Okay. Äh, was? Kann nicht aus dem Kugelfisch reingekommen? Ne, Kugel... Also, ich hab Kugelfisch, äh, goldene Karotte und filamentiertes, äh... Ah, goldene Karotte war drin. Okay. Äh, dann... Sortier's mal bitte wieder ein. Kugelfisch. Darf ich einen behalten? Hm? Mh... Ne, weil die sind voll selten. Okay. Das ist Fluffy, oder wie der heißt? Bei GLP. Äh, das ist der... Wollte ich mich vergessen. Äh, Puffy. Puffy, genau. Puffy. Puffy, 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 Puffy. So, mein Freund, möchtest du jetzt mal, äh, leider wieder draufdrücken, oder was? Okay, warte, 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 auf und sie bereit. Äh, zack, gedrückt. Gibt immer wieder raus, ja, alles rausnehmen. So, die Sektung wird nicht aktiviert. Da ist, das, äh... Mehr nicht. Mehr nicht. Äh, die ist nur netherwatze, ja. Jetzt frage ich mich mal, warum wird diese Leitung nicht deaktiviert, wie vorgeschrieben? Mal, paar Sekunden, aber... Okay. Test, 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 test. Leute, jetzt hab ich nicht schon. Ich hab nicht schon. Ich hab nicht schon. Nein. Nein. Wie... Weil ich will keinen Echo haben. Töööööööööööööööööööööööö, das ist natürlich auch schon ein bisschen lustig mit dem Echo, aber... Das ist eh jetzt vorbei, oder? Oh, hallo, hallo, nicht glaube ich, ja! Ja, das ist eh jetzt vorbei! Was? Hier grad' Echo! Echow, Echow! Ja, ich glaub das, Echow! Ein Echo, ein Echo! Ein Echo, ein Echo! Ein Echo! Äh, die Leitung wird nicht aktiviert. Ich versteh, äh, es nicht Oh je Warte mal, warte mal, warte mal Und du musst dann wieder alles rausnehmen, was im Opa Warte Erstmal drücken Ja Wieder Unsichtbarkeit Ja Ja Was ist drin? Ja, war zu Sonst nichts? Dabei wurde die Leitung diesmal sogar Hier Aber das ist, weil Hä? Was ist denn? Warum ist diese Leitung aktiviert? Oh, oh Ja, 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 das, äh, auch rausnehmen Okay, das ist wegen diesem Auto aktiviert Ja, das kommt jetzt immer wieder was, das muss alles rausnehmen Ich glaube, ich brauche noch mal einen Gebieter Ich hole jetzt aber nicht, kommt da jetzt mal was? Hast du Stein noch, Kapitän? Nee Ja, Moment, hier ist bestimmt noch, komm jetzt noch rein Ah, hier noch Stein noch rein, okay Da kommt jetzt nichts mehr, ne? Ja, ja, jetzt trat nicht, aber es kann nicht gleich So ziehe ich das wieder rein Okay Boah, ich schlafe hier Ja, es kann heute nicht so spannend, aber ich hab irgendwie alles kaputt gemacht Du bist okay Ja Ja, es ist mir leid So So Wie kommt dein Nether-Quartz nun? Den Nether-Quartz kommt dann zu erster Hier Da, hab ich nicht gesehen So Was bedeutet Kannst du nochmal jetzt hier, ne? Drücken Äh, nee, nicht drücken, sondern aufpassen, dass es nicht zur Trichtung kommt. Ähm, denn... Ich muss jetzt da... Oh. Ja, es kommen mehrere Sachen jetzt rein. Verdammt. Warum bepowert... Warte, das war kein... Schade, dass ich kein, äh, Dings kriege. Was? Kein Achievement. Was sieht aus? Die Gas darf ich mal nicht bekommen auf die Faseträger. Ja, und jetzt ist es an. Moment, jetzt, äh, machen wir bitte... Äh, nochmal hier, Unsichtbarkeit. Und dann wieder gucken, dass nichts... Okay. Jetzt nehmen wir wieder alles raus. Okay, es sollte wieder funktionieren. Das bedeutet, ich muss nochmal die Tränke hier auszufüllen. Du sassierst nochmal einen, und dann... Ne? So. Kann nur noch zwei Gas drehen. Ja, ich weiß. Die ganze Zeit nur zwei. Weil die sind auch sehr, sehr selten. So, endlich, äh. Boah, das ist eine schwere Geburt, äh. So. Äh, Unsichtbarkeit. Sind die vergoldete... Hä? Es kam kein Netherwarze rein. Warze. Hier war gar kein Netherwarze. Ah, lustig. So. Das heißt, ich muss den Netherwarze reinlegen. Aber warum war keine Netherwarze da? Ein Netherwarze! Wo sind die vergoldeten Koronten? Äh, irgendwo... Da. Ähm, Furten oder Fünften oder so, oder sowas. Oder so, oder sowas. Warum kann jetzt auch kein Redstone rein? Kann mir die ganze Zeit kein Redstone rein, oder? Bei dir? Nö. Scheiße, da hab ich das auch kaputt gemacht. Nein! Bedeutet... Ich muss noch duschen. Oh, shit! Okay. Aber ich bin morgen durch... Äh, morgen früh. Mal gucken. Oder? Ah, nee, Moment! Ich brauche einfach... So, glaub ich, und dann... Äh, Moment, das müsste doch eigentlich gehen, wenn ich... Zwei Redstone facke. Oder einfach... Jetzt ein Redstone. Dann... Äh... I got dead power. Okay. Das klingt interessant. Und zwar, wenn ich jetzt hier einfach... So. Funktioniert das? Ich hab keine Ahnung. Ich wollte euch mal aufwecken. Nein! So, hier sind doch jetzt drei Tränke der Nachtsicht für dich. So, der dritte. So. Jetzt muss ich mal kurz einen Beispiel-Trank brauen. Und dann mach ich jetzt einfach mal... Direktheilung Splash. Moment, Splash. Dann Wurf. Keine Verlängerung und Verschneckung. Splash Potion. Splash, bleib' ich nahe fliegeling. So. Letzterne Melone. Glow sound. Bombarder, yeah! Funktioniert. So, ich muss hier... Oh, mein Gott, so gut. Wo ich mich schon hier nennen, ne? Wie stolz ich jetzt bin. Und das, weil ich alles kaputt gemacht hab. Hey, wie, das hat drei, vier Folgen, Alter! was bräuchte eine Axt oder eine Schaufel ich glaube eher eine Axt da habe ich vorne habe ich Nachtsicht und da habe ich Wasser atmen oh, ich habe fast getrunken das wäre nicht gut gewesen, hast du einen Gangpowder? hatte ich gerade eine Krise Brauma, schneller, du Vogel du Vogel, du hier haben wir hier aber ne, wie lange geht die Folge noch? die geht noch neun Sekunden, dann mach ich noch ganz kurz was ich machen wollte, dann machen wir Schluss, oder? ok 6, 5, 4 ne, ne, äh, ich möchte halt noch, wie gesagt, diesen Trank jetzt rein bauen oh, ich war zwei Sekunden zu schwer, ich habe den Piep nämlich gehört äh, Prismarinscher war ich immer noch cool wir müssen aber morgen wirklich auch aufnehmen, sonst vergessen wir jetzt in der mhm ein bisschen aufnehmen, vor allem wegen dem Dungeon nicht Dungeon hier, ne? Wassertempel Wassertempel so, hier waren ich erzähle ihm das auch morgen nochmal bitte? ich erzähle ihm das auch morgen nochmal ok äh da, genau, Gangpowder werden immer weniger bei dem Projekt wir müssen mal neue Leute kriegen finde ich ja lehrt es raus, aber bei TT werden wir auch immer weniger da wär immer so neuer Mitspieler gut ach, da sollte gar keinen Gangpowder rein, oh mein Gott, da sollte Clostone rein ne, der sollte einen Redstone rein, Moment so ein Redstone das war schon das war schon das war schon sammle ich die ganze Zeit da ja geil, ne? ich krieg so einen Heiltrank von mir wär ich schon nett äh, das Gangpowder lass mal Wasserflaschen lass mal Wasserflaschen dann tu die hier oben nichts dran ding da also so, dann mach ich noch mal ein bisschen bisschen Glas, mach ich noch mal ein bisschen Wasserflaschen und dann äh, äh wow, wir nehmen jetzt noch zweieinhalb Stunden auf ungefähr boah, ich hab's gerade das erste Mal geschafft glaube ich, dass ich überquer gecraftet habe was soll ich mal noch ne ui so so, ganz viele Wasserflaschen da rein da ist jetzt hier jetzt sollte alles wieder funktionieren jetzt habe ich Unsichtbarkeit, die tue ich kurz raus äh Unsichtbarkeit, wo hatten wir Unsichtbarkeit? Unsichtbarkeit ist das Unsichtbarkeit oder Schnelligkeit? Unsichtbarkeit so Unsichtbarkeit, zwei Schnelligkeit, dann 3 Nachtsicht und zwei Heilung und drei unter Wasser an tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.